Heute zeige ich dir, wie ich einen Überzug für eine Mandarinenkiste nähe und dafür habe ich einfach ganz normalen Baumwollstoff genommen und darauf dann meine Mandarinenkiste gestellt. Der Stoff liegt doppelt und hier mache ich schon die Abmessungen. Ich möchte die doppelte Höhe von dem Rand von meiner Mandarinenkiste auf der Längsseite und auf der Querseite haben. Dafür habe ich die Höhe von der Mandarinenkiste gemessen. Das sind ungefähr 10,5 cm gewesen. Also habe ich da an den Seiten rechts, links und vorne jeweils Quadrate rausgeschnitten, die die doppelte Höhe waren. Genau, ein bisschen als Nahzugabe habe ich natürlich Stoff überstehen lassen und auch, dass dieser Bezug dann auch über die Mandarinenkiste passt. Hier habe ich dann nun die vier Nähte jeweils am Futterstoff und am äußeren Stoff. Hierbei das gleiche Muster, Futter und Innen. Innen und Außen das gleiche Muster, genau, habe ich dann schon zugenäht, die vier Nähte und eben eins der beiden Teile auf rechts gewendet und nun liegen beide Teile rechts auf rechts und die obere Naht wird nun geschlossen. Dazu lasse ich aber eine Wendeöffnung offen und nähe eben bis auf ungefähr 10 cm, die ich zum Wenden brauche, die obere Kante zusammen. Hier wende ich dann die beiden Stoffstücke und hier siehst du, dass eben beide das Futter und das Außenstoffstück eben miteinander verbunden sind und nun habe ich sie ineinander gestülpt und im letzten Arbeitsschritt werde ich nun hier die Wendeöffnung schließen mit einer geraden Naht, wo ich einfach einmal komplett um die obere Öffnung nähe. So kannst du auch kleine Utensilos nähen oder andere Körbchen oder irgendwas oder Brotkörbe werden auf diese gleiche Art und Weise genäht und ich benutze einfach jetzt diese Art von selbstgemachten Schnittmuster, um damit einen Überzieher für mein Mandarinenkörbchen zu machen. Und hier siehst du, wie ich das nun reinstecke und diese Lasche ist einfach doppelt so hoch wie die Mandarinenkiste und dadurch kann ich diese überstülpen und habe eben jetzt ein sehr hübsches Mandarinenkästchen fürs Badezimmer. Genau, schau gerne in meinen Kanal, ob du dann dich noch für weitere DIY-Projekte inspirieren lassen möchtest. Da findest du auf jeden Fall tolle Projekte und ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Kreativsein.